Freunde, einen wunderschönen guten Tag. Ich und Kari, die kommt natürlich aber nicht mit, wollte euch nur Bescheid geben, dass es jetzt bald auf die, also das ist jetzt heute, 15 Uhr am Freitag ungefähr, da geht es dann los auf die Alpentour. Hat sich ein bisschen verzogen, weil es der Kleine nicht so gut geht und der ja gerade geschäftlich unterwegs ist. Und ja, da habe ich mich ein bisschen mit um das kleine Mäuschen gekümmert. Aber ihr geht es wieder besser, die hatte halt dieses kaputte Herz. Ihr wisst das ja, aber wir hatten damals vor vier Jahren schon gesagt, der Hund, der lebt höchstens noch ein halbes Jahr und jetzt ist sie fast 15. Trotzdem kaputten Herz, sorry wegen dem Wind. So, aber geht dann halt los. Und ich habe hier, guckt mal, noch eine Zusatzhupe installiert. Und die ist völlig abnormal. Alter, das Ding ist so laut wie, es ist halt eine LKW-Hupe 200. Natürlich, die, wie nennt man das hier, die STVZ-O-Klingel ist natürlich auch dran, wie sie es gehört, das ist nur eine Zusatzhupe. Also das passt schon, ist da vorne installiert. Ja, es ist manchmal alles fertig, neues Server-Image und so weiter. Und ich nehme das Videobus kurz auf, weil Twitch euch irgendwie nicht mehr richtig benachrichtigt, wurde mir mitgeteilt, also einige von euch, sodass auch wirklich alle Bescheid wissen. So, also, ich freue mich dann auf euch. Bis später.